Die Ehe ist wie das Roulette. Man hat eine 50-prozentige Gewinnchance, solange man auf Rot oder Schwarz setzt. Aber nein, man will alles und setzt auf Zahl. Was ist das? Der neue Scheidungstermin. Nichts funktioniert. Das ist wie unsere Ehe. Alles geht schief. Das ist so typisch für uns. Was machen wir jetzt? Zusammenbleiben. Ja, gerne, aber ohne mich. Ich. Gustav findet mich zu dick. Habe ich doch gar nicht gesagt. Nur du hast ein Problem mit dir. Ach, und du hast keine Probleme mehr? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das ist alles, was dir einfällt. Jetzt hört doch mal auf mit der Scheiße. Sagt wer, der Mann, der Polar weggeschmissen hat? Ich habe dich geliebt. Sogar Kinder wollte ich mit dir haben. Was soll das? Wach auf. Es gibt nichts mehr zu reden. Und mit dir bist du glücklich. Ja, klar. Ja, das glaube ich aber nicht. Wir gehören zusammen. Du willst mich und ich für dich. Ich bin da. Sie liebt mich nicht. Felix, so eine Scheidung ist nicht von Papa, aber das Leben geht doch weiter. Schau mal, wenn du neuen Tequila bestellst, ja, dann liebt sie dich danach sowieso. Einfache Mathematik. Mach doch mal die Augen zu. Okay. Jetzt beschreib mir doch mal, was ich anhabe. Oh. Du wirst dich nie ändern. Ich war's. Ich habe dir gesagt, geh ins Hotel für deine blöden Frauengeschichten. Die will das bestellen. Ich liebe dich. Aha. Sie hat es gerade eingefallen. Ich bereue es jetzt schon. Ihr solltet Kinder kriegen. Du hast mit Pola geschlafen? Ja, aber wir haben nur über dich geredet. Schau dir an, was du aus mir gemacht hast. Noch viel schönere Frau. Reine Formsache. Ich verhüte mich mehr. Sowas muss ich doch wissen. Darauf bin ich doch gar nicht vorbereitet. Darauf muss ich mich doch einstellen.